Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Azen Startup geschrieben, welches er mit 4,3 Stellen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Azen Startup ist ein Coaching-Produkt, welches zeigt, wie man auf Amazon als Verkäufer selbst tätig werden kann, um dort Geld zu verdienen. Es handelt sich dabei um das FBA-Angebot von Amazon, wobei FBA für Fulfillment bei Amazon steht. Was genau damit gemeint ist und wie der Kurs aufgebaut ist, dazu kommen wir später. Flo Marco ist erst 20 Jahre jung und hat den Dreh bereits raus. Nachdem er die Schnauze von einem normalen Bürojob voll hatte, begann er im Internet nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Heute ist er erfolgreicher Internetunternehmer und hat diverse digitale Produkte auf den Markt gebracht, wie das Azen Startup oder das One Day Startup. Neben seiner digitalen Produktpalette verdient er nebenher noch Geld mit den Produkten, die er auf Amazon vertreibt. Fulfillment bei Amazon ist ein Angebot von Amazon, welches es jedem ermöglicht, Produkte über Amazon versenden zu lassen. Das heißt, man kann Produkte bestellen, die man später verkaufen möchte und sendet diese direkt ins Lager von Amazon. Wenn das Produkt bestellt wird, übernimmt Amazon den Versand gegen eine Gebühr. So braucht man selbst lediglich das Produkt nur noch zu bestellen bei Amazon einpflegen mit Titel, Artikelbeschreibung und Bildern und das Bewerben, sprich Marketing betreiben. In der Regel bezieht man die Produkte aus dem Ausland, China, Taiwan, um die größtmögliche Marge zu erreichen. Dafür bieten sich vor allem Seiten wie Aliexpress und Alibaba an, wo man direkt in Kontakt mit Großherstellern treten kann und dort auch Aufträge in großen Mengen aufgehen kann. Außerdem kann man bei den meisten Herstellern noch Wünsche zum Produkt selbst äußern, damit das Ganze noch individueller wird. Zusammengefasst also, man kauft die Artikel günstig ein, schickt sie in das Lager von Amazon und verkauft sie über deren Seite für mehr Geld. So übernimmt Amazon den komplexen Teil der Logistik und man selbst muss sich nur um Bestellungen und Marketing kümmern. Das ASEN Startup ist ein Videokurs, welcher dich von der Produktfindung bis zum Launch begleitet. Es besteht aus insgesamt sieben Kapiteln aus Bonusinhalt und Start, wo man einen groben Überblick über den Kurs bekommt. Das erste richtige Kapitel, Grundbaustein, erklärt zunächst, was FBA ist, wie der Ablauf aussieht und enthält eine kleine Motivationsrede. Im nächsten Kapitel geht es um die Produktfindung. Dieses Kapitel setzt sich aus neun Lektionen zusammen. Dort wird unter anderem erklärt, wie man ein Produkt findet, worauf man achten sollte, wann sich ein Import lohnt, die Review-Strategie usw. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau einer eigenen Brand, also einer eigenen Marke. Hier erklärt FloMarco, warum es wichtig ist, sich als Markenname zu etablieren und wie man sich ein Logo erstellen lassen kann. Das nächste Kapitel, Produktion, behandelt eben den Produktionsprozess und besteht aus neun Lektionen. Man erfährt, welche Plattformen es gibt, wie man den Kontakt idealerweise mit dem Händler aufnimmt, wie man eine eigene Verpackung kreiert, wie wichtig Samples sind, wie man verhandelt und wie der Import selbst abläuft. Im fünften Kapitel geht es um Zoll und Steuern. Dort wird alles rund um die Euroriennummer besprochen, die Verzollung sowie die Buchhaltung und wie man diese leicht abwickelt. Das nächste Kapitel, Pre-Launch, zeigt die Schritte vor der Veröffentlichung des Produkts. Da geht es vor allem um den Amazon-Account, der eigenen EAN-Nummer, die man für FBL braucht, wie man ins Amazon-Lager versendet und wie man das Produkt möglichst hoch gut listet. Das letzte Kapitel zeigt dann noch den Prozess der Veröffentlichung. Der Bonus-Teil besteht unter anderem aus einem wertvollen Checklist-Lexikon. Wenn man einen Artikel im Auge hat, den man eventuell mittels FBA verkaufen möchte, kann man dieses Lexikon zur Hand nehmen. Es besteht aus einer Reihe aus Fragen, die man quasi zum Produkt beantwortet. Am Ende erhält man eine Auswertung, die zeigt, ob es sich lohnt, den Artikel weiter zu verkaufen. Neben dem Lexikon erhält man außerdem noch einen Platz in einem Live-Webinar mit Flumaco, wo man ihm auch Fragen stellen kann. Das Thema Amazon FBA war komplett neu für mich und ich war daher umso gespannter auf ein weiteres Produkt von Flumaco. Vorab zu den Videos. Die Videos sind alle unterschiedlich lang, aber so wie ich das sehe, erhält man weit über eine Stunde an Material. Die Qualität ist gut und man kann dem Inhalt leicht folgen. Selbst ein absoluter Anfänger dürfte hier keine Verständnisschwierigkeiten haben. Der Inhalt ist bares Geldwert, denn man bekommt hier einen einfachen Weg gezeigt, wie man sich ein lukratives Nebeneinkommen aufbauen kann von zu Hause aus. Vorteil dieser Methode ist, dass man selbst kaum Arbeit hat und sobald das Produkt erst einmal auf Amazon gelauncht ist, ist es eigentlich ein automatisierter Prozess, um Geld zu verdienen. Man muss sich nur zeitig um Warennautschub kümmern und eventuell neue Artikel im Shop anbieten. Um in dieses Geschäft allerdings einsteigen zu können, braucht man einen Startkapital. Man sollte vorab schon mindestens 1.000 Euro in Artikel investieren, damit es sich auch wirklich lohnt. Man wird aber genauso schnell, wie das Geld ausgegeben ist, auch wieder belohnt, wenn man alles richtig macht. Das einzige, was schwierig werden könnte, ist das Bestellen der Sachen. Ich habe da bisher oft auch negative Erfahrungen gemacht, da die chinesischen Händler teilweise nicht reagieren und wenn, damit nur sehr schlecht im Englisch. Die Verständigung kann hier ein echtes Hindernis sein und ich habe schon oft etwas nicht bestellt, weil ich Angst darauf hatte, dass sie mich missverstanden haben und ich dann mit Sachen ende, die so gar nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Abschließend kann ich sagen, dass man mit diesem Kurs einen neuen Weg gezeigt bekommt, wie man sich ein passives Einkommen aufbauen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten halte ich es hier auch vor durchaus realistisch, dass viele, die sich den Kurs angesehen haben, es auch tatsächlich umsetzen werden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de.